Okay, warte. Zweite Runde. So! Hi! Wo bist denn du? Ich renne. Jetzt weiß ich wo du bist. Im Mittelmeer. Oh Mann, das ist gemein. Solche Witze darf ich nicht bringen. Das ist dein Kanal, nicht meiner. Ach, ich bin sowieso nicht monetar, nicht versierungsfähig. AdSense Konto muss... Muss geil gefüllt sein. Das Ding ist, es fuckt mich so ab. Ich fuhr damals nicht monetarisiert, obwohl ich alle Kriterien erfüllt hab. Also ich hab da noch irgendwie 17 Euro. Aber man kann jetzt ab 75 Euro auszahlen. Deswegen, ja, kann ich's vergessen. Was machen wir jetzt? Lass weinen. Clickbait. Wir haben Landtests-Account gehackt. Wie viel ist dein Outfit wert in HG? Warte mal, das hat ja schon mal jemand gemacht. Ist das ernsthaft? Ja, das hat Subkay gemacht. Er hatte ja seine Gucci-Lederhose an. Ah, stimmt, Digga, das weiß ich noch. Ah! Sehr geil. Das war noch in der Simple-HG-Lobby. Oh, Simple war so wunderschön. Oh, das war schon cool. Das hat schon nicht Spaß gemacht. Da war ich damals Elite Plusige, ich hab mich gefühlt wie ein neugeborener Mensch. Und dann... So, wo bist du? Äh... Minus 160. Und... 140. Okay. Okay. Fingen wir da... Das schaffen wir ab. Wenn wir das schaffen. Was du alleine nicht schaffst, das schaffen wir dann zusammen. Joa. Soll ich auch so. Kennst das, wenn dir jemand die Koordinaten sagt, aber du die einfach innerhalb von zwei Sekunden wieder vergisst? Jupp. Ja, wo bist du? Ach, das solltest du mit... Äh... Das Minus plus, aber... Äh... Äh... Warte. Ich bin bei... Ja, okay. Sag einfach gar nichts mehr. Nee. Ja... Das ist meine Aufnahme. Aha. Soll ich den nachher schicken, oder? Ja, bitte. Und die 10 Euro Bezahlung, dass ich, ne? Ah, okay. Ja. Digga, dieser Voice-Crick immer. Hallo! Ah, okay. Komm mit jetzt. Ja. Eigentlich brauche ich diese Leaves vom Auto. Uff. Äh, vom... Warte, ich nehme einfach... Leaves vom Auto? Ich nehme einfach Rosen. Hier. Ja. Komm mit jetzt. Autos. Ja. Ja. Ja, Mama. Es lebt nicht mehr so viel. Es ist mit dir. Einfach so ein Soundboard. Oh Mann ey. Geil. Ah. So, da ist jemand. Alarm. 2. Mach mal hier irgendwo ein schönes Loch dir am besten. Ja, erstmal abstauben, Digga. Mach hier ein Loch hin. Warte. Du sollst einfach mal ein Loch. Nein, er rennt weg. Du sollst einfach nur ein Loch machen. Ich bin für nichts besseres da, ich muss nur ein Loch. Ja. Dadurch wollte ich da reinboosten. Er hat in ein Loch. Dann mach hier ein Loch rein. Lass doch erstmal zum... Okay, warte. Wo ein Loch? Mach hier. Direkt da wo du grad draufstehst. Ja. Achso, ich soll mich runterhauerdingsen oder was? Nicht reinspringen, ne? Danke. Bitte, bitte, fail jetzt nicht. Ja, ja. Wollen wir mal hier drauf stehen bleiben? Jaaaa! Leute, er ist... Oh mein Gott, er ist... Oh mein Gott, er ist fucking so steep. Ey! Renn! Hey! Nein! Nein! Take me home! Oh. Komm. Jetzt hasst er mich. Egal. Alles für die Klicks. Was soll ich aber für ein Titel nehmen? Ich halt nicht mal ein Thumbnail. Hat nichts. Warte, dann machen wir jetzt ein Thumbnail. Okay. Warte. So. Ich muss end-sneaken, dann sieht man meinen Namen nicht. Stimmt. Das bringt das... Oh, Digga, ich lauf das dritte Mal fast ins Loch. Keine Sorge, ich switch dich rein. Oh! Oh! Digga, schon wieder kompletten Schweißausbruch bekommen? So, schon mal ein Kill. Schon mal gut. Ja, so'n Ding ist das. Reicht schon mal. Wenn wir davon jetzt noch so 300% haben, dann bin ich auch zufrieden. Oh, mit Prozenten halt so. Hier. Oh, Kackabones. Danke. Bitte schön. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich will einmal jemanden trappen. Hallo? Ja, das ist halt nicht so leicht, weil du musst halt dafür einen IQ von 10 haben. Okay. Und ich glaube, da wird's bei dir ein bisschen problematisch. Ja, ich bin immer unter 10 gewesen. Ja, mein zweistellig war unter 10. Warte. Ja, nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Digga, ich bin so übel. Ich bin immer so übel. Ich schreie voll rum. Ciao! Okay. Nice, Mann. Akiki. Komm mit jetzt. Ja. Wenn's halt, alter. Ja. Freundchen, ich muss ein ernstes Wort mit dir gleich reden. Oh, den kannst du trappen. Achso, ich dachte nur, meinst du scharf. Ja. Hier, äh. Mini. Auf diesen Block hier. Diese, diese Zeug hier. Ja, dauert noch ein bisschen. Lü, 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 lü. Sicher, das ist der hier? Ja, ja, ja. Ja. Mach, mach. Komm, komm, komm! Boah, alt. Das ist richtig. Depp, depp, depp. MLG-O-edit jetzt da reinpacken. Hast du Depp-Mod oder was? Ne, ich hab keinen Depp-Mod. Okay. Find' ich auch gut so. Ich hab' gerade im Real-Life gedappt. Eieieiei. Oh, ich switch dich schwarz. Dann wirst du auch sterben. Jo. Okay. Nur am Schniffen. Oh, wer stirbt als nächstes? Ich glaub' dieses Mal werd' ich failen. Ah, sowas darfst du nicht sagen. Ah, da. Du kannst den auch, glaub' ich. Ja, ja, ja. Den kannst du auch machen. Nicht bewegen. Mach die beiden, mach die beiden hier. Er ist doch hier schon. Mach die beiden hier, hallo. Nein! Ja, okay. Junge, komm her. Hier, die beiden hier. Ja, kannst mal sehen. Fuck. Oh, das wär' aber voll cool gewesen. Hat er Full Iron oder was? Äh, warte. Schöne Blusen. Er dachte sich so, ach, Digga, hat keinen Sinn mehr. Aber nein, er hatte keine Full Iron. Er dachte sich so, ja, macht keinen Sinn mehr, Digga, mein Leben. Alter, aber das wär' voll der coole Kill gewesen, wenn ich den so in der Luft noch gekriegt. Jetzt bin ich alleine. Allein, allein. Gegen Mr. Renku. Rekuno. Hä, wo sind die anderen Holzdinger? Ach, Schloch. Ja. Würde mal sagen, die Aufnahme ist im Kasten. Die ist im K... Also, hier unten ist Loot. Also, Suppen-mäßig, mein' ich natürlich. Echt Schniege. Jo. Hat schmeckt. So, wo ist'n der? Komm' mal ran. Komm' mal ran am Meter. Am besten ist der jetzt unter der Erde und du jackhammerst hinweg. Boah, das wär' so richtig cool. Einfach null Kills und einfach gewonnen. Naja, du hast ja theoretisch gesehen drei Kills. Du hast ja noch nicht angezeigt bekommen. Du hast ja gerade den einen gejackhamert. Stimmt, ja. Dann haben wir zwei gerade. Und ich hab' zwei Kills. Ja, guck mal, der ist unter der Erde. Jaaaaaaaaaaah! Perfekt. Brauchst du nur Aim. Ich hab' Aim-Discounts. Und jetzt einfach auf K. Toll. Nein, ich muss zehn Sekunden warten. Er ist wieder da. Oh mein Gott. Er rafft's nicht! Er rafft's nicht! Er rafft's nicht! Bitte komm! Null Sekunden! Was soll ich tun? Mach! Ja! Ich komm nie! Er расп det. Er craft det. Er craft det. Warte. Ja! Jetzt aber! Ohh, meine Fresse, Alter. Ich bin sogar so schlecht in diesem Scheiß, Alter. Er hat einfach zwanzig Minuten gepraftet. Oh, Digga! Jaaaaaaaaaa. Jaaaaaah! Victory Royal Technicielle. Yeah, es kommt Känguru-Schüss aus meinem Arschloch Geil Ja, voll Scream Ja, okay Ciao